diese die im zettel nahe das 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 also warte und herzlich willkommen zu einem weiteren ja microsoft-box-video 6 grad weil ich die auch schon mal geschafft so ok da kommt auch schon der Korinther und hier ähm ich lag geht's oder oder hm ja gut also das ist mein Server wir sind gerade am also die Lobby zu bauen und das wird auch noch ein bisschen dauern und wir machen bald ein neues Projekt mit ja egal machen wir auf jeden Fall bald ein neues Projekt und ja deswegen seht ihr rechts die Anzeige da mit Kills und so weiter dass ja ja auf jeden Fall ähm machen wir mal get control and clear so also auf meinem Server kann man bis jetzt bei Weiband spielen Party und ja das also da da kann man schon mal machen dann das war dann die topi arena und im arena gibt es aber noch keine Lobby und dann gibt es noch Ender games also da kommen auch noch mehr Lobby hinzu und selber IP steht unten in der Beschreibung ist extrem fun.net und ja war online gerade eine neue Lobby und ja auf jeden Fall eigentlich wollte ich jetzt mit diesem Minecraft Box wieder anfangen und zwar habe ich das als ich hier ein bisschen rumgelaufen bin ähm und jetzt warte dafür mach ich mal kurz in Schlau warum startet immer diese Kack Uhr da also wartet da gleich geht es besser ich muss noch schnell ähm 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 wo ist das ach ja Optionen Musik Lautstärke auch nur Blöcke nur Blöcke so sieht Blöcke noch immer aus der Rest auch alles aus ich bin da auch an fertig und jetzt mach ich noch kurz eine Rüte aus so und jetzt hört man genau hin wenn ich laufe warum hört man nicht ähm äh ohne Kaffee äh Musik Atmosphärum Leben äh 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 jetzt hört man also hört man da hört man ja dieses Laufen dass der auf Kreuz war und wenn man jetzt aber hier so drüber sneaks und dann hier läuft und dann hier läuft und der Seite da wo eigentlich gar kein Block mehr ist dann hört man nichts das ist wohl noch ein Bug eigentlich hatte man gar nicht so weit rüber können noch aber noch mal derzeit hier und dann wenn wenn ich jetzt so auslöcke dann ich bin schon wenn ich jetzt gleich macht dann kann ich nicht mehr fliegen ich kann nicht mehr fliegen jetzt machen mal schnell ja dann lief ich mal und ihr seht ich jeder unten drauf ich fliege nicht jetzt gehe ich in mehr spieler rein ich gehe da rein und jetzt schaut mal ich kann fliegen indem ich nur leertaste drücke das ist also noch ein bug weil da wird erkannt dass eigentlich dass man da eigentlich fliegen muss wenn man so nicht normal eigentlich dahin kann und ja das war es auch schon und ja ihr könnt auch den sauer zeugen wenn ihr Lust dazu habt es war noch lange nicht fertig aber trotzdem ihr könnt ihr mal Lust habt so kleine spiele ich finde immer wieder und ja das war's dann und wir sehen uns dann wenn ich mal wieder und da einverdichter sagen es gibt es kann jetzt in letzter Zeit so wenig Videos äh ja nicht mehr so viel weil ich nicht viel mit dem Werber beschäftigt hab ich sehe ja schon äh äh da die ganzen Blatt und so weiter und die ganzen Karten die haben mir alle selbst gebaut keine ist auf dem Internet wir können natürlich auch auf dem Internet das war's dann hier auch selbst gebaut und ja Ender Games haben wir auch selbst gebaut und hier bauen wir ja gerade eine neue Lobby aber ja das war's erstmal und dann sehen wir uns dann nichts mal wieder tschüss K Fora festivals Jahr Jahr Untertitelung des ZDF, 2020